Herzlich Willkommen bei S21BAU TV. Wir schauen heute mal wieder in Baufeld 24 und 25, also Südportal und wir können sehen im Baufeld 25 ist der Deckel drauf und offensichtlich ein Entlüftungsbauwerk wird hochgezogen in der Mitte hier. Wir sehen die Verschalung und die Armierung. Wächst nach oben und außerdem ist hier die Erde komplett abgenommen worden. Hier links unter mir, da war ja bis vor kurzem noch die Zufahrt von oben. Das heißt Baufeld 24 ist jetzt auch schon ziemlich weit abgegraben. Allerdings fehlt noch ein bisschen was. Links Baufeld 25 ist die Deckel und hier sind wir gerade 1-2 Meter drunter an verschiedenen Stellen 3. Also da muss noch ein bisschen in die Tiefe gegraben werden. Ich laufe einfach mal entlang und ich bin durchlaufen. SAY S21BAU TV KREINFEL KREINFEL Da muss ich mich jetzt ein bisschen strecken. Da muss ich mich jetzt machen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ciao!